Weingut Eppelmann Weingut Eppelmann Wir bauen zwei Drittel weiße Rebsorten an und ein Drittel rote Rebsorten und bereiten daraus eine Vielzahl an wohlschmeckenden Weinen und Sekten, die immer Spaß machen, Freude bereiten und zum Hochgenuss sich entwickeln. Unser Angebotsspektrum ist in Hessen typisch relativ breit gefasst, von weiß bis rot, von trocken bis edelsüß. Und was uns ganz besonders am Herzen liegt, sind flaschenvergorene, handgerüttelte Sekte. Das heißt, bei uns kann eigentlich fast jeder Weinliebhaber seinen Favoriten finden. Es ist viel Spannung drin und das macht es aber auch für mich als Winzer und Kellermeister sehr interessant, mit diesen verschiedenen Rebsorten und Ausbaustilen zu arbeiten. Das Besondere am Weingut Eppelmann ist, denke ich, außer dass wir vier Generationen sind, dass wir unsere Events und Hoffeste hier in einem ganz tollen Rahmen in Stadegen-Elsheim feiern können. Und was den Weinfreunden natürlich immer wieder begeistert, ist hier die Panorama-Winothek mit der Turmterrasse. Unsere Panorama-Winothek, die wir 2010 gebaut haben, ist eine echte kleine Oase. Wir bekommen immer wieder von Kunden und Freunden gesagt, dass es hier oben im ersten Stock, wo wir uns ja befinden, herrlich ist. Das ist ein Traum, ein Wein im Glas zu haben, den Blick schweifen zu lassen und am Glas zu nippen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo was Vergleichbares gibt. So eine Panorama-Winothek und die Turmterrasse, die angrenzend ist, wo man wirklich draußen sitzt und sich umschauen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also unsere Arbeitsweise im Weinberg ist das ganze Jahr über auf Qualität ausgerichtet und gipfelt dann bei den meisten Sorten auch noch in Handarbeit bei der Ernte, entweder als negative Vorlese vor dem Vorlernder oder wirklich als selektive Handlese. Das ist ein ganz wichtiger Baustein in unserer Qualitätsphilosophie, in unserem Qualitätsmanagement, um wirklich die Trauben optimal reif und zum richtigen Zeitpunkt dann ins Gelderhaus und in den Keller zu bekommen. Das ist ein ganz asheskunde, das ist das. Also diese Erfahrung und die Bitte 변ien dazu, untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist bei der Luftyschar stellabend. Bei der Maschinenlese ist der große Vorteil, dass man auf den Punkt ernten kann. Das heißt, ich kann weiße Trauben früh am Morgen ernten und habe die in einer schönen kühlen Temperatur im Kälterhaus und habe Zeit zum Verarbeiten. Rote Trauben am Nachmittag schon mit der entsprechenden Temperatur, damit die Gärung schön startet. Das heißt, wir sind hier sehr effizient, sparen jede Menge Energie zum Kühlen oder Heizen und schlagen so im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Topwein hat eine eigene Seele. Er bildet seine Persönlichkeit mit der Reife und das kann nur geschehen, wenn man wirklich super Lesegut aus einer Top-Lage wirklich ideal einbringen kann. Und die ist mit der gewissen Zeit dann auch vinifiziert, bei Rotwein speziell im Barrique. Und das sind wirklich Schweine mit Seele, mit Charakter. Was wir hier machen, ist keine One-Man-Show, sondern Teamwork. Und wir haben das vielleicht in unserer gut 30-jährigen Zeit als Ausbildungsbetrieb gelernt und verinnerlicht, dass man die Leute, die einem Tag für Tag mit zur Seite stehen bei der Arbeit, nicht nur als reine Arbeitskraft sieht, sondern wirklich in die Familie integriert und sich auch um ihre Sorgen und Nöte mal mitkümmert. Es ist so wahnsinnig wichtig, die Gäste zu kennen und man findet meist zueinander. Die Leute, die herkommen, die mögen einen, die sind gerne hier, halten sich gerne auf. Und die Persönlichkeit, da spielt ja auch Vertrauen mit eine Rolle. Wir machen Wein für unsere Gäste und die haben das Vertrauen, dass die Weinqualität wirklich top ist, auch bekömmlich ist und dass es was Wohlschmeckendes ist, was im Glas ist. Musik Wir sind an 360 Tagen im Jahr und 24 Stunden für unsere Kunden da. Außerhalb der Öffnungszeiten sind Kunden und Weinliebhaber immer willkommen und einer aus der großen Familie findet sich, der dann in Ruhe Wein und Sekte mit dem Kunden und auch gerne mit Freunden probiert und präsentiert. Musik Musik Qualität für höchste Ansprüche Weingut Eppelmann Das Weingut mit dem Turm www.weingut-eppelmann.de Musik Das Weingut Eppelmann Das Weingut Eppelmann